Was ist das R? Was ist das R? Du fühlst es nicht gerade? Nein, genau, aber ich werde es nutzen morgen. Aber nicht so effektiv, wie vorher. Aber ich glaube, du hast Glück. Ich habe gesehen, wie du es mit dem großen Schall-Song. Ja, was war es? Ich weiß es nicht. Es war ein Rund-spinning-Song-Blade. Und es war direkt in meine arme. Pissing-Blade überall. Ja, das ist...